Wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten, begleiten wir Sie auf der Reise zu Ihrer Wunschimmobilie. Sie erhalten von uns einen fairen, marktgerechten Angebotspreis und wir bereiten für Sie alle Unterlagen stimmig vor. Gleichzeitig erhalten Sie bei uns den Energieausweis sowie die entsprechenden Pläne und den Lageplan. Bei der Besichtigung weisen wir Sie auf alle Vorzüge, aber auch bekannten Mängel hin. Als Bindeglied zwischen Käufer und Verkäufer stehen wir Ihnen auch bei der Besprechung des Kaufvertragsentwurfs, der Begleitung zum Notartermin und der eigentlichen Schlüsselübergabe zur Seite.